Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. In fast jedem zweiten Garten sehen wir heute ein Trampolin stehen, auf dem die Kinder und Erwachsenen wild drauf rumtollen. Doch bei all dem Spaß darf man auch die Gefahren nicht vergessen. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen, der Wohlfühl-Sendung für Ihr Zuhause. Alle weiteren Themen neben dem Trampolin jetzt im Überblick. Novelliert. Seit dem 1. Juli steigt bei einem Heizungstausch der Pflichtanteil für Öko-Wärme von 10 auf 15 Prozent. Saniert. Wer sein Dach oder den Dachboden dämmt, kann viel Geld sparen und die Umwelt schonen. Und ausprobiert. Beim Trampolin kommt es nicht nur auf den richtigen Aufbau, sondern auch auf die richtige Nutzung an. Seit 1. Juli diesen Jahres ist in Baden-Württemberg das neue E-Wärme-Gesetz in Kraft getreten. Zusammengefasst heißt das ganz einfach, Baden-Württemberg soll umweltfreundlicher heizen. Das neue Gesetz ist vor allem für Menschen interessant, die nun eine neue Heizung brauchen oder die ihn neu bauen. Heizung und Warmwasserbereitung verursachen knapp ein Viertel der Treibhausgasemissionen in Baden-Württemberg. Davon entfallen mehr als 90 Prozent auf bestehende Gebäude, so das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg. Erdöl, Gas oder Kohle werden knapper, teurer und ihre Nutzung ist mitverantwortlich für den Klimawandel. Seit 1. Juli 2015 ist deshalb das novellierte Erneuerbare-Wärme-Gesetz, kurz E-Wärme-G, in Kraft getreten. Die Ziele sind ganz klar, den CO2-Ausstoß zu minimieren und die Gesetzeslage für den CO2-Ausstoß zu erfüllen. Das versucht man in dem Moment, dass man die Heizungsanlage umweltfreundlicher erstellen lässt, die neuen Anlagen, mit Solaranlagen, Pelletsanlagen, Stückholzanlagen oder anderweitigen regenerativen Möglichkeiten. Kurz zusammengefasst sagt das E-Wärme-G, wer einen Heizungskessel tauscht oder eine neue Kesselanlage einbaut, muss 15 Prozent regenerative Energie erfüllen. Im Schnitt beträgt die Lebensdauer einer Heizung 20 Jahre. Wann ausgetauscht wird, entscheidet jeder Eigentümer selbst. Wenn ausgetauscht wird, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das neue Gesetz zu erfüllen. Im Bereich Pellets erfülle ich sie ja zu 100 Prozent. Bei Biogas und Bioheizöl erfülle ich sie zu 10 Prozent, wenn ich einen Gaskessel oder einen Ölkessel habe und muss dann nochmal zusätzlich irgendwelche regenerative Energien erfüllen, sprich entweder eine Solaranlage mit aufs Dach nehmen oder es gibt diesen Sanierungsfahrplan, der man noch 5 Prozent bringt, sodass ich wieder auf meine 15 Prozent maximal komme. Ich kann auch natürlich die Anlage mit der Wärmepumpe ausführen, dann komme ich auch entsprechend in diesen Bereich 15 Prozent oder andere Möglichkeiten mit Mikro-BHKWs, also Blockheizkraftwerke. Noch eine Möglichkeit ist der bauliche Wärmeschutz, heißt Dach, Außenwände, Kellerdecke oder die Gebäudehülle müssen eine entsprechende Dämmung aufweisen. Die Erzeugung von Sonnenstrom ist mit der Neufassung des E-Wärme-G jetzt ebenfalls eine anerkannte Alternative. Bislang war das nicht so. Wer vor dem Austausch der Heizung über keine PV-Anlage verfügte, durfte auch keine neue installieren, um die Vorschriften des Gesetzes zu erfüllen. Dieses Hindernis hat der Gesetzgeber jetzt beseitigt. Wer künftig durch regenerative Energien spart, spart am Ende auch langfristig bares Geld. Letztendlich ist es abhängig, wie viel ich an Investitionen tätige, welchen Aufwand ich damit betreibe, wie viel regenerative Energien ich einsetze. Und dementsprechend amortisiert sich das innerhalb von 10, 15 Jahren. 10 bis 15 Jahre, in denen man etwas Gutes für die Umwelt tut und die Energiewende in Baden-Württemberg unterstützt. Detaillierte Informationen zum neuen E-Wärme-Gesetz und wie Sie dieses Zuhause auch einhalten, bekommen Sie bei Ihrem Energieberater vor Ort. Bei uns geht es gleich weiter, unter anderem mit dem Thema Trampolinspringen und was Sie bei all dem Spaß beachten sollten. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Modisch oder zeitlos? Aktuell oder elegant? Entdecken Sie die Vielfalt an Farben und Formen. Fliesen-Steele in Friedrichshafen Fliesen-Steele.de Hi, wir sind ZF. Deine Ausbildung ist uns wichtig. Deshalb denken wir dabei auch nicht an uns. Wir denken an Dich. Wir denken an Deine Träume und glauben an Deine Fähigkeiten. Ob technisch, kaufmännisch oder duales Studium. Aus einer großen Auswahl an Ausbildungsberufen findest Du sicher den einen, der zu Dir passt. Deinen Traumberuf. Wir denken nicht nur daran, was Du können musst, sondern was Du lernen wirst. Dein Engagement und Deine Ideen fördern und fordern wir. Mit Kollegen und Standorten in vielen verschiedenen Ländern sind Deinen Entwicklungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Wir denken nicht immer nur an die Arbeit. Wir denken auch an Deine Freunde, Familie und Hobbys. Bewirb Dich für Deinen Traumjob bei ZF. Mehr Informationen findest Du unter ich bei ZF.com Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. In Wangen im Allgäu vereinen wir 40 Jahre Erfahrung und Innovationskraft, um Ihren Gartentraum zu erfüllen. Versierte Fachkräfte, moderne Fertigungstechniken sowie hochwertige Werkstoffe garantieren die ausgezeichnete Qualität und lange Haltbarkeit unserer Gartenartikel. Überzeugen Sie sich bei uns vor Ort in Wangen. Unser Ausstellungsgarten bietet jede Menge Inspiration für Ihre Gartenwelt. Fordern Sie unseren großen Katalog an oder entdecken und bestellen Sie gleich online auf Beckmann-KG.de Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. Von der Marktwertermittlung über die Beratung bis hin zur notariellen Abwicklung. Wir kümmern uns von A bis Z um den Verkauf Ihrer Immobilie. Ohne vertragliche Bindung. Wir präsentieren Ihre Immobilie außergewöhnlich und aus allen Perspektiven. Rufen Sie an und vereinbaren Sie einen Termin. Wir beraten Sie gerne. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen, der Wohlfühl-Sendung für Ihr Zuhause. Bei uns geht es nun weiter mit dem Thema Dämmung. Dämmung im Hochsommer, werden Sie sich jetzt fragen? Ja, denn eine gute Dämmung ist nicht nur im Winter wichtig, damit das Haus warm bleibt, sondern auch im Sommer, damit es nicht so heiß wird. Etwa 20 Prozent der Heizenergie geht durch ein schlecht gedämmtes Dach verloren. Das schadet dem Klima und dem Geldbeutel der Hausbewohner. Ob aus Energiespargründen, im Zuge einer Sanierung oder vor dem Neubau, entscheidend ist auch der richtige Dämmstoff. Um den Energieverlust möglichst gering zu halten, sind große Dämmstoffdicken empfehlenswert. Immer mehr Sanierer nutzen daher Holzfaser als Dämmstoff. Die großen Vorteile von der Holzfaserdämmstoff sind ganz klar die Sorptionsfähigkeit des Materials, heißt es nimmt Feuchtigkeit auf und gibt es auch wieder ab. Wir sind komplett diffusionsoffen nach außen hin. Das heißt, entstehende Feuchtigkeit kann nach außen abfließen. Der sommerliche Hitzeschutz durch die hohe Masse der Holzfaser und natürlich der hervorragende Schallschutz. Ein guter Dämmstoff muss insbesondere im Herbst und Winter Schutz vor Kälte bieten. Im Vergleich zu konventionellen Dämmstoffen hat Holzfaser 10 bis 15 Mal mehr Masse. Entsprechend kann das Material mehr Wärme speichern und sie entsprechend langsamer in die Räume abgeben, was jetzt im Sommer für weniger Hitze in den eigenen vier Wänden sorgt. Die Anwendung von Holzfaser ist simpel. Der Sparrenholraum wird ausgefüllt, eine sogenannte Luftdichtbahn oder kurz LDB-Plane darüber gelegt, luftdicht verklebt und mit der Holzfaser-Unterdeckplatte überdämmt. Dass wir einfach autark, regensicher sind. Das heißt, wenn wir an einem Tag das Dach abdecken, dann haben wir es abends wieder regensicher und regendicht. Nicht so, wie wir es früher herkömmlich gemacht haben, dass man riesige Planen aufs Dach zieht mit dem Kran oder von Hand. Dann ist es einfach besser, dann kann man die Platte drauflegen, die ist dann regensicher und dann passiert auch nichts mehr. Der Holzfaserdämmstoff ist für alle Bauweisen, sowohl alt als auch Neubau geeignet. Meist wird er allerdings in der Sanierung angewandt, denn vor allem dort bringt das Material die genannten Vorteile. Sie haben keine giftigen Stoffe im Haus. Sie können ganz normal arbeiten als Verarbeiter, brauchen keine Atemmasken. So wie wir es früher gehabt haben mit den Dämmstoffen. Und man ist unheimlich schnell mit dieser Holzfaserplatte. Wird beispielsweise montags mit den Dämmarbeiten begonnen, sind bereits am Freitag die Ziegel wieder auf dem Dach. Die Kosten für einen Dämmstoff